Immer wieder müssen sich die Bergretter-Fans von Rollen verabschieden. Jetzt kommt raus. Ein Ausstieg wurde schon lange vorbereitet. Die aktuelle Die Bergretter-Staffel, die vergangene Woche im ZDF zu Ende gegangen ist, hatte es in sich. Das lag nicht nur an den aufregenden Fällen und dramatischen Entwicklungen, sondern vor allem an dem Doppelausstieg, der gleich in Folge 1 von Staffel 14 die Fans schockte. Die Bergretter. Ferdinand Seebacher hatte seinen Ausstieg lange geplant. Kurzer Rückblick. Zum Start der neuen Folgen hatten sich die Drehbuchautoren eine besonders emotionale Geschichte überlegt. Jesse, gespielt von Maxi Wawel, stürzte bei einer Verfolgungsjagd von einer Klippe. Obwohl sie noch nicht gefunden werden konnte, ist davon auszugehen, dass die Polizistin den Serientod gestorben ist. In Staffel 15 könnte es deshalb auch darum gehen, ob Markus und sein Team Jesse doch noch finden. Einer wird bei der Suche aber nicht mehr helfen. Simon, der Freund von Jessica entschied sich dazu, die Ramsau nach den tragischen Ereignissen zu verlassen. Ich habe mir schon im September 2021 gefällt, weil da war klar, es werden die Bücher geschrieben für das Folgejahr, die dann gedreht werden, so der TV-Star. Ähnlich war das übrigens bei Maxi Wawel aus. Auch sie wusste schon sehr lange, dass es für ihre Rolle bei Die Bergretter nicht weitergeht. Während Ferdinand Seebacher ein Comeback derzeit allerdings nicht einplant und sich anderen Projekten widmen will, sieht das bei der 40-Jährigen etwas anders aus. Sie hat kürzlich in einem Instagram-Live sogar schon über ihre Rückkehr gesprochen, trotz Serientod. Da gibt es ja alle möglichen Vorstellungen, ob jemand im Geiste erscheint oder in Träumen, spekuliert die Schauspielerin. Wir sind gespannt, ob es tatsächlich bald schon ein Comeback von Jesse geben wird.